Glauben können wie du, das Leben bejahen, wie Gott es mir gab, und hören mit fröhlichem Herzen sein Wort und singen mit dir, Großes hat er getan, so will ich glauben, Maria. Hoffen können wie du, den Frieden bereiten, das Mögliche tun, und Jesus vertrauen, dem Freund, der mich kennt, und folgen dem Wort, was er euch sagt, das tut, so will ich hoffen, Maria. Pater Helmut Stegel hat dieses Lied geschrieben, dieses neue Marienlied, was in unserem Limburger Anhang steht und was die Gemeinden und ich mit ihnen gerne singen. Glauben und Hoffen wie du und am Schluss kommt auch noch die Liebe. Und das nicht von ungefähr, denn heute, liebe Mitmenschen, und einen guten Tag für sie heute, ist das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Am 25. März, neun Monate vor Weihnachten, wir können auch sagen, das Fest der Menschwerdung Gottes. Denn Mensch wurde er nicht erst, als er in Bethlehem zur Welt kam, sondern durch das Ja-Wort Mariens ermöglicht, in ihrem Schoß ein Mensch wurde. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei begrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Anfang Februar, liebe Mitmenschen, war, davon haben wir damals auch gesprochen, die dritte Session, die dritte Vollversammlung des Synodalen Weges in Frankfurt. Und da hat vor allem in den rechten Social Media, hat die Runde gemacht, die aufsehenerregende und skandalisierende Nachricht. Auf dem Synodalen Weg wird das sakramentale Weiherpriestertum infrage gestellt. Und viel Ärger gab es darüber und Kopfschütteln mal mindestens. Ich war ja dabei und habe mir aber dann schon bald gedacht, ja, tatsächlich, da waren überwiegend auch junge oder distanzierte Synodale dabei. Die haben tatsächlich gefragt, wozu brauchen wir eigentlich in der Kirche der Zukunft, in der sich reformierenden katholischen Kirche, ein Weiherpriestertum. Und wenn man es recht versteht, ist das doch ein vertrauensvoll hingespielter Pass einem vor die Füße direkt, sodass man diese Frage ernst nehmen und auf sie eine Antwort versuchen kann und eine zeitgemäße, die aber auch aus der Tradition schöpft. Denn etwas in Frage stellen ist nicht das Gleiche wie etwas in Abrede stellen oder es schlechterdings verneinen. Eine Frage erheischt doch eine Antwort. Und so auch bei der Verkündigung Mariens in der Mitte, am Kipppunkt dieses Evangeliums, stellt Maria eine Frage. Wie soll das geschehen, lieber Engel, da ich keinen Mann erkenne, da ich mit keinem Mann schlafe, wie soll ich schwanger werden? Und der Engel errötet nicht vor Zorn und sträubt sein Gefieder und schlägt mit der Faust auf den Tisch und zieht sein Flammenschwert und sagt, wie kannst du so eine unbotmäßige Frage stellen, sondern er gibt freundlich Antwort und Maria überlegt sich das, wie es ihre Art ist und am Ende sagt sie ja. In Frage stellen ist nicht in Abrede stellen. Und Gott gebe, dass wir viele Leute in der Kirche haben und behalten, die Fragen stellen und Antworten erheischen. Lieben können wie du, berühren mich lassen von Freude und Schmerz und sehen den Schöpfer in jedem Geschöpf und sagen wie du, mir geschehe dein Wort, so will ich lieben, Maria. Auf die Fürsprache unserer lieben Jungfrau und Gottesmutter Maria, segne und bewahre sie Gott.